Wir machen jetzt seit 30 Jahren Kaka-Lucky-Clown-Theater. Wir sind manchmal wie ein altes Ehepaar, was nach 30 Jahren nicht verwunderlich ist. Und wir sind immer noch zusammen, was sehr verwunderlich ist. Gibt es Geister und Gespenster, Monsterhexen oder Feen? Diese Frage stellen sich heute die Kaka-Lucky's, ihr werdet sehen. Du, Ferdinand. Ja, Beppo? Ich habe eine Frage. Ist das mit den Geistern, Monstern und Vampiren, ist das echt? Beppo, es gibt keine Geister, keine Monster und auch keine Vampire. Ferdinand. Ich bin nicht da. Ich bin das Nachtgespenst. Es gibt keine Nachtgespenst. Oh, komm dich holen. Ein Nachtgespenst, ein Nachtgespenst, ein Nachtgespenst. Wir haben hunderte von Auftritten gehabt im Jahr, von Mai bis Oktober ständig beschäftigt. Vielleicht ist der Uwe der Mutigere von uns beiden. Ich denke, der hat es radikal gemacht. Er hat sich verweigert, durch eine abhängige Arbeit Geld zu verdienen. Nur von Aufträgen leben, das musste Kudeln haben. Ich habe oftmals Blut und Wasser geschwitzt, wenn das Konto wirklich leer war. Also wenn du mich gefragt hättest, schon vor 30 Jahren, ob ich das mit fast 60 noch mache, ich hätte hundertprozentig gesagt nie und nimmer. Und ich habe eher jetzt so ein Gefühl, dass es besser läuft als denn je.